Herzlich Willkommen zurück. Neue Baupläne verfügbar. Ah, kommen wir ja genau richtig. Einen Lift haben wir bekommen. Ähm, wo drunter ist denn der? Ah. Verschönert ihre Siedlung. Ah ja. Ne, die Welt ist es ja nicht, ne? Helix Feuerwerk Springbrunn. Willkommen an Bord, mein Freund. Ich mag Kunden, die wissen. Ähm. Wo sind wir überhaupt stehen geblieben, ist die Frage. 934.000. Millionen wollten wir knacken. Gut. Hier haben wir aber, glaube ich, nichts mehr zu tun. Dann werden wir einfach jetzt mal schauen. Ach, hier ist ja noch eine Insel. Hm. Holen wir uns doch einfach mal auf die Schnelle. Und dann gucken wir mal, dass wir die Millionen auf jeden Fall noch knacken. Das sieht ja schick aus. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Mensch, da haben wir ja noch richtig Ausbaureserven. Da knacken wir ja schon fast die anderthalb. Das wird das anspruchsvollste Bauprojekt, das sie bislang begonnen haben. Aber wenn man die Motivation ihrer Angestellten sieht, haben sie gute Aussichten. Ich wollte gerade sagen, wenn die negativ sind, dann weiß ich auch nicht, denn werden die rausgeschlossen müssen. Unter uns gesagt, die Union ist beeindruckt vom Wachstum ihrer Firma. Kaum überraschend, dass sie sich für so einen großen Sektor entscheiden. Ja, warum sollten wir denn auch nicht? So, wie sieht denn das hier aus? Ach, hier können wir komplette Produktionen ja noch auslagern. Das ist ja wunderschön. Tja, wenn das nicht mal Nicks Deal sind, bei Nick ganz so richtig sparen. Es ist mir immer ein Vergnügen, mein Freund. Bei der Bilanz, die wir haben, 703.000, jo. Nicks Deal sind einfach unschlagbar. Hm. Dann holen wir uns jetzt erstmal die Hauptinsel. Aber mal gucken, was wir denn auslagern. Dann können wir auf jeden Fall auf der großen Insel noch enorm viele kleine. Hm. Dass wir vielleicht die Biokost komplett hier auslagern. ein idealer Ort für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Und... Dass wir denn auf der Insel nur Saft machen, also auf der, wo wir Saft angebaut haben und Obst. Das ist, glaube ich, keine so blöde Idee. Denn so wie das hier aussieht, Bombe. Rein vom Platz. Dann haben wir hier nämlich auch schöne Reserven. So. Ja, so. Dann hätten wir zumindest schon mal den ersten Bereich ein bisschen abgedeckt. Na? Da geht doch noch was. Da haben wir richtig schöne Reserven. Herrlich, ey. Ich weiß gar nicht, warum ich die Insel nicht gesehen habe die ganze Zeit. Also mit der Insel knacken wir die anderen halb auf jeden Fall. Ich denke mal ohne Probleme. Boah. Hier haben wir richtig viel Platz. Herrlich. Ja, dann fangen wir doch gleich mal erstmal an und bauen unsere Station aus, würde ich sagen. Raumhafen-Erweiterung wird ausgeführt. Da brauchen wir auf jeden Fall erstmal vom Mond Fusionsenergiezellen. Ja, Raumhafen-Ausbaustufe zu niedrig. Na, komm in die Puschen hier. Dann ziehen wir noch ein paar Straßen in der Zeit. Bis der da in die Pette kommt. So. Mensch, ist das herrlich, dass wir so viel Platz jetzt haben. Und ich habe mir echt Sorgen gemacht, dass wir überhaupt keinen Platz mehr haben. Schon, dass wir die Millionen nicht erreichen. Vorbereitungen für Raumhafen-Upgrade abgeschlossen. Sehr schön. So. Fusionsenergiezellen. Jetzt aber. Neue Transferroute. Fusionsenergiezellen. Zack. Ja gut, 30 brauchen wir nicht, aber machen wir 20, dann geht das schnell. Raumhafen-Upgrade wird ausgeführt. Dann bau mal aus da. Tag auch. Trenchcoat. Ausrangiertes Zeug. Aber immer noch top in Schuss. Kann deine Koordinaten wieder in meine Route aufnehmen. Na. Zieh dir das mal rein. An deiner Stelle würde ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Irgendwann müssen wir alle ins Gras beißen. Was? Erledige das. Aber verplapper dich nicht. Den kennen wir doch. Aus Anno 2070. Der olle Händler. Mensch, bei dem konnte man Atomzeug alles super verkaufen. Da ist man richtig reich mit geworden. So, wo ist denn seine Truhe? Hier können wir schon mal rüberfahren. Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. Und zack. Ah, Fusionsenergiezellen. Da haben wir die Route. Die löschen wir jetzt einmal. Neue Transferroute. Strom. Ähm. Jo. Da haben wir, glaube ich, nicht genug. Also müssen wir auf jeden Fall noch Strom wieder ausbauen. Oh, geht das Ganze wieder von vorne los. Na gut. Dann machen wir das doch. Idealer Ort für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Sind unterwegs. Sehr schön, sehr schön. Nächste Stufe bei 940.000. Na, erreichen wir Stufe 100 ja wohl noch, hm? Ein idealer Ort für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Koordinaten bestätigt. Hm, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau. So. Jetzt können wir richtig schön ausbauen. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht nach oben sogar uns irgendwie was einfallen lassen, dass wir den Platz optimal ausnutzen. Hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Russ, deine Stimme ist wichtig. Ja. So. Das wär doch was, wenn hier eine Doppelte hinpasst. Um Produktionsquote zu erfüllen. No. Dann ziehen wir hier halt noch eine Straße durch und dann passt das Ganze. schade. Ja, Energie haben wir nicht. Obwohl eine Arbeitskraftwartung wäre vielleicht gar nicht so blöd. Wenn wir die ganze Straße ein Stück runterziehen. hinzu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ah, nee. War zu breit. Sonst fangen wir damit weiter oben an. Weil hier wollte ich eigentlich ursprünglich keine Häuser hinbauen. Hm. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Aber ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum. Ach, scheiße. Ich wollte das ganze Ding gar nicht abreißen. Dann machen wir das erstmal so. Dann bauen wir halt eine kleine Siedlung. Mein Gott. Sorgen Sie dafür, dass alles, was auf dieser Insel geschieht, den Vorschriften entspricht. Aber nur eine kleine Siedlung. Was weiß ich hier unten drauf oder so. Ja, das ist eine Idee. Hm. 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 Dann haben wir sogar noch den einen Bauplatz hier noch mit angeschlossen. Das passt auch. Gibt es Arbeit? Wir sind bereit. Jo, sehr schön. Die Arbeit scheint mir bis nach Hause zu folgen. So. Einmal Wasser. Die Arbeit scheint mir bis nach Hause zu folgen. Aber das macht mir nichts mehr. Information. Und schon läuft die Produktion. Damit 328.